Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall Beta. Wir gehen jetzt gleich wieder ins Spiel. Äh, ja, 8 Sekunden noch und dann geht's los. Dann geht's los. Vielleicht gewinnen wir dieses Mal, vielleicht aber auch nicht, aber ich hoffe immer schon. Jetzt sind wir wieder in der anderen Map. Ich glaub, es gibt wirklich nur zwei. Aber hey, es ist eine Beta. Und ich freu mich schon auf den 13. März, glaub ich. 13. oder? 11. oder 13. März? Auf jeden Fall. Am ersten Tag kriegt ihr gleich wieder ein Video. Sofern ich schnell genug das Spiel downloade und die Server dann nicht zusammenkrachen. Man weiß ja nicht, wie viele Leute das dann auf einmal spielen. Und ob EA, ähm, ja, so gute Server dann hat. Bei SimCity ging's ja auch nicht. Aber das sehen wir dann. Und jetzt geht's erstmal wieder los. Und nächstes Mal sehen wir IMC. Ich glaube schon. So, hoch hier. Was haben wir eigentlich als zweite Waffe? Ah ja, eine Autopistole. Nein, da will ich hoch. Das gibt alle schon mal nicht schlecht wieder hier. Nein, da will ich hoch. Nein, da will ich hoch. Oh. Nein. Was ist das? Haha. Ich konzentriere mich gerade so, dass ich irgendwie vergesse zu rennen. Sorry, wenn ich ab und zu mal nichts sage, aber ich habe gerade einigen gesehen gehabt. Wer war da oben? So, don't be mad. Ich bin ja trotzdem da. Ah, wir sind mit der Milizia. Titan, Titan, Titan. Titan, komm runter. So, jetzt haben wir mal einen anderen. Wir haben die Artillerie. So, jetzt haben wir noch einen anderen. Noch lern. Warnung, another Titan is attacking you. Warnung, dread level high. Ah. Caution, trail number two to one. Warnung, reagieren Sie raus. Ah. Guter, scared. Pilot, your Titan will be ready in two minutes. Ah. 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 So, wo sind sie denn? Ah, es ist einer. Hm. Ah no. Hey, ihr Titan will be ready in 30 seconds. What? Oh, wo ist denn der nächste? Titan ready in 15 seconds. Hey, ihr Titan's good to go. Call us ready. Shut down. Haha. We're in the lead. Keep up the good work, Pilot. So, der ist auch weg. It's on the way. Stand by for Titanfall. Fuck. Den hab ich echt gut gesetzt. Transferring. Pilot. Step. Friendly pilot on board. Ah, er stirbt da. Diesmal gewinnen wir. Enten ist einer. Ah. Ah, 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 ah. Werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen? Das ist hier die Frage. Ah, der Titan ist weg. Scheiße. Ah, wir müssen da rüber. Nein, die müssen da rüber. Ah, wir müssen hinterher. So, da draußen ist ein Titan. Der Titan muss weg, der Titan muss weg. Haben wir jetzt gewonnen oder haben wir jetzt verloren? Hm, gute Frage. Auf jeden Fall sind wir Level 4. Und haben Challenges freigeschalten. Und da sind wir auch schon ein bisschen, ja. Okay. Die nächste Runde ist wieder in Angel City. Und die seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.